ein neues glück kommt ja auch noch leichter einer start ja ihr habt jetzt ein gold nova zwei spieler dabei von daher hat sich das jetzt erledigt ja ja alter die näge fast echt voll genau geworden ist doch richtig krass ja gut dass ich dafür ins kinder gelände natürlich wichtig hast du mal die skins aus dem hans mann was das ist das neue case aus eingeführt wurde habe ich gestern für zwei ja schön kann man hier in der aufwärmfahrer sind ja nichts mehr kaufen nach 30 Sekunden nicht mehr nach 45 ja 45 ist normal aber in der aufwärmfahrer sind noch 30 in der aufwärmfahrer sind noch mal dass es jetzt besser wird ja das ist ja in der letzten runde habe ich also beim letzten match habe ich auch drei gekillt da dem dem eigentlich recht ist man jetzt schon gegeben da hat man richtig schön gesehen dass du das gesprungen alles nach 10 ich kann noch nicht mal durch wow sorry genau schießt auf mich ja voll verzogen kennst du mich doch achtung der ist hinter oben links ja aber schön dass du erstmal auf mich schießt habe ich dich getroffen du bist beide schlecht geschlossen muss ich aber auch gestehen ich habe mich ein bisschen erschrocken als du auch einmal von hinten um die ecke kamst ich habe nicht gesehen dass bei dir nur noch einer lebte rush v90 ja auf jeden fall dann gehe ich ruhig in den office lol gamestormmusikwolfstar wtf ja der hat sein namen wieder umgeschnitten nämlich an nice ich glaube diese runde ist endlich kam ich nicht vorbei LOL luckshot das musst du dir in der aufnahme angucken der war witzig ich glaube das ist sie im namen des nothing office war im office der letzte law Alter wie kamerlos zu Glück haben im office drinnen im office drinnen könnt vorne rauskommen hat aber jetzt ne waffe ich geh nie wieder hinter dich ja steht links in der ecke wie immer easy 3 kills für mich diese runde ne gar nicht wahr ja ich hab nichts gemacht oh ich hab ne abp ne klar dafür bekommst du dich später noch aber den schuss müsst ihr euch in der aufnahme angucken außer den links klick gedrückt und in dem augenblick ein headshot weil er in der türe ne lol heute werde ich aber auch geblockt wie sonst was brauchst du Unterstützung bei ihm dafür? ne scheinbar nicht ja irgendwie hab ich gerade einen guten aber hab ich ja am anfang immer aber hab ich ja am anfang immer ich geh nicht hinter dir her geh nicht hier vor dir her wir stehen lambe das spiel ist scheinbar zu einfach gerade wenn ihr jetzt hier gerade so abgeht ist ja unfair hm im office drinnen mit weiter äh vorm office krall noch low hp ok oh ist er eh aber Sache ich übe noch ein bisschen das Fenster zu treffen ich hab mir seine Kami aufgehoben nice ich goldnova 2 hab ich gehört achja ja irgendjemand Sniper oder so der das Maus zuerst gehen kann ich war gerade schon da ich bin jetzt auch wieder doch fliege jetzt bist du tot spacken ey Niklas das war knapp was oder warst du das nicht an einer großen Treffer ok ok Nikhi was machst du denn Jungen oh leuchten ist das bekommen warte lass mich reingehen du hast nicht mehr viel geh nicht sterben nicht sterben hab ihn noch getroffen da hinten weg lol wo genau ist der ähm mitten im office aber er hat nicht mehr viel 51 hab ich ihm gemacht in 4 Treffern das muss man auch erstmal schaffen mit ner AK ich hab ihm 22 gegeben da im office letztes office im office im office ich hab mir sehen Low HP also der wirklich extrem doch ja ja Jack Bauer hat die Verbindung getrennt wer ist Jack Bauer? Agathe Bauers Bruder achso doch wir haben eine AWP ja wir haben eine AWP Aua und ich hab eine SSG ne ne SG mit kein Geld nein ach ich tue halt mein rechtes Handgelenk weh keine billige Ausrede sauber jo damit wärst du tot gewesen auch nur Bot no Panic Loll SSG im office kommt um die Ecke vater scheisse bam das war ein Lockshot der Typ Typ hat alles alle Medaillen Gold außer zwei wie spielst du denn der jetzt müssen wir mindestens 500 Stunden ja mhm 257 Moskau Russian Federation 46 ein Spiel also also den Kerl ne den kannst du äh wenn er dir komisch rüberkommt direkt äh wen 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 dieser Tyktyk warum was macht der oder was hast du gesagt der hat nur ein Spiel und das ist Counter Strike Global Offensive ja kann auch sein oh der Wettkampf vielleicht überlege ich mal wie lange wir gespielt haben ohne Wettkampf ne aber wenn er nur ein Spiel hat als 290 Treffer und ich meine er ist Russen nix gegen Russen aber ne es gibt es gibt ziemlich viele ja 4 AP und noch 4 AP runter ziemlich viele Threads die da drüber sind dass äh die Russen die schlimmsten im Competitive sind lecker scheiße down office also ich kann down lobbe why don't you say lobby aah vielleicht kann er es nicht richtig aussprechen passiert doch mal oooh lobbe oooh homo scho homo scho ich hab die noch getroffen alter long big stairs small stairs left noch einer nice warte warte nicht engage nicht engage scho und guck auf die scho was weh weiße hier blick woher es es dann film ist ichop der letzte ist entweder der fixer ist da der ist bei mir bleib da geh einen Schritt zurück Wir gehen einen Schritt zurück. Ist er nach rechts weggegangen oder nach links? Ich hab's nicht gesehen. Ja, nach rechts. Er ist durch. Rechte Geisel. Genau. Er pickt, ich lauf weg. Ich schaff's doch nicht mehr. Okay. Nice. Er hatte nimmer 4. Was? Ich hab keinen Assist bekommen? Ich hab den 40 Damage gefahren. Okay. 1 SSG. 2 ARPS. Okay. Ein Handgelenk. Zu viel gewedelt, sagst du? Nee, ich weiß auch nicht, was das gerade ist. Ah, zu viel gewedelt. Alter, ich wacke die immer ab. Was ist da los? Gucken wir nicht so eine Sehenscheidenentzündung oder wie sich das nennt. Ah, mich immer zu hochwerfen. Scheiße. So was hatte ich nur... Oh, ich hätte dir grad fast auf den Kopf gezielt, Binne. Ja, frag mal, wie sich die eben mit dir ging, ne? Down. Sag mal, haben die keine Rüstung oder warum sterben die so schnell? Naja, der stand genau in meinem Fahnenkreuz und ich hab einfach nur... Achtung, ich komm jetzt rechtzeitig vorbei. Alter. Ja. Auf das ist clean. Schön gemacht, Binne. Tück Tück überlebt immer einen AWP-Schuss. Wie hat der mich denn jetzt getroffen? Der hat mich gar nicht gesehen! Toilette hat eine 30 AWP, der steht rechts bei der Toilette. Oh, völlig! Geflasht sind sie! Nothing on the right side of the toilet is one. In Toilet, in Toilet. Ah. Der game verarscht mich gerade. Da ist noch einer. Der muss Toilette sein. Ja. Also rechts drinnen. Lauf, lauf! Benne, lauf! Lauf raus! Der ist da! Will er drei Kills für mich, sagst du? Ja! Aua! Definitiv! Boah! So, wer will was haben? Ich hab noch, danke. Ich brauch eigentlich nichts. Hier, Hobo, willst du eine AWP? Ja. Bitte. Ich hab auch keinen Skin. Muss damit leben. Uncool. So ein Dreck, das schmeiß ich aufs Fenster, so. Ja. Wie geil wäre, wenn es kaputt gewesen wäre. Dann hätte ich ihm noch eine neue gekauft. Vielleicht sogar noch eine neue. Mit dem Suflat hier auch. Ja, du hättest ihm noch zwei neue kaufen. Ach, wer ruft mich jetzt bei Skype an? Das ist doch scheißegal. Haben eins gesetzt? Nee, nicht scheißegal, weil das Spiel sich minimiert dann, wenn man nichts gegen macht. Ach so. Geil. Zwei hits gesetzt. Ja, die SG hat einen dicken Pumms, aber ich weiß nicht, ich komm mit dir nicht so klar. Spiel ist ein bisschen am lag. Die Möglichkeit rein zu zoomen, die zerstört mir immer das Gefühl für die Waffe. Weiß ich nicht, wie ich sprayen soll. Ja, genau. Das ist es geht. Hat mir direkt ein Hit gegeben, ne Kerl. Die campen, glaub ich, alle davor. Ich hab keinen. Ich verstehe das nicht. Nice. Das war schlecht geschossen von mir. Boah. Ich soll so einen Ping oder warum treffe ich den hier nicht? Bei mir ist es richtig laggy gerade, obwohl ich einen 25er Ping habe. So richtig verzögert. Ich druck. Leuch. What? Waaat? 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 Was sagst du? Äh, 7-0 für uns. Warte. Ja, wir sind gerade 5. Türke hier auf. Ja, ne, Wende ist jetzt mal wieder mit dabei. Und Michi ist auch mit dabei. Boah, Alter. Da wollte ich gerade. Boah, der steht mit Sicherheit hier rechts. So, so. In Normalform, aber gerade läuft überhaupt nicht. Okay, doch nicht. Ah, Mann. Der kämpft wieder oben. Ja, dann ist egal. Nicht reinrennen und umfallen. Ja, alles geht. Oh. Nicht reinrennen und umfallen. Habupe, habupe. Wirft mir eine Granate. Irgendwer killt den. Warte darauf, dass er rauskommt. Ne, die ABP. Scheiße, fuck die krieg ich nicht mehr. Ich hab noch eine hier. Warte, wo bist du? Ich brauch's ja nicht. Ich brauch's ja nicht. Ja, ich hab auch keinen Arm. Ich hab 14.000 Leute. Aber empfehlen bitte. Ja, ich. Oder Michi. Wird jetzt gebraucht oder nehm ich die? Ich hab auch noch. Ich weiß nicht, warum ihr bei euch... Ich möchte verstehen, warum ihr euch Muffen kauft. Wenn ich 14.000 hab. Das ist gut verschwender. Ich hab das selbst noch so viel. Das geht überhaupt nicht klar. Weil jetzt hab ich... 13.000 und das wird wahrscheinlich gar nicht genutzt gleich. Oh Mann. Faggot. Alter. Neee. Ja, was ist das jetzt? Ich krieg gar was ist das, Mann. Ähm, Bixler hat sich nicht mehr gedenkt, ja. Doch, ist. Ne. Noch einer im Office, Sven. Einer noch im Office. Einer noch im Office. Links, so. Ah, gut. Nils, der letzte. Was? AWP. Ja, wuppe. Ähm, Scout. Oh, passt. Ich hab die AWP, woll. Hey, ich hab drei Leute brandgesetzt. Schau mal. Hier, warte. Wo bist du? Da ist doch ja auch ne AWP. Ja. So, wer will was haben, Leute? Ich hab dich zerträgt. Ja, dann gib mir was. Gib mir ne Waffe. Und ein Pistol hab ich noch. Ja, komm. Sag mir, was ne Waffe ist. Ist doch Quatsch zu sagen. AK oder ne SG 553. So, AK. Oh, hier. Bring mir nix zu sagen. Vorsichtig, ich brauch ne Waffe. Loll, der ist durch, der ist durch. Toll, das hat zu lange gedauert. Deswegen komm ich mir lieber schnell selbst. Mann. Off. Äh, Office durch. Äh, Big Stairs und zwei durch. Oh. Oh. Ah. Ist mir fast noch in den Schuss reingelaufen. Big Stairs gucken. Ah Gott. Da guckt keiner hinten bei euch. Keiner. Von euch drei. Irgibt's halt alle zu weit links. Von hinten. Oh, Office. Office. Ja. Ich wusste gerade, worauf die was abgeht hier, ey. Ja, das Problem ist, wir haben am Anfang zu lange gebraucht. So, dropp mir ne SG 553. Die AUG von den T's. Ja, wo? Bist da? Da. Ja. Danke. Ja. Wenn dann die mir bitte auf der Pose, wo ich bin. Ja, die haben jetzt schön natürlich sich die AWP's gesnickt. Ja, ist egal. Ich weiß, dass da drin einer war. Auch warum geht da keiner zu keine Treppe? Ich hab direkt Headshot bekommen. LOL. Auf der Big Stairs sind sie schon. Big Stairs Lower P. Äh, nicht Big Stairs, sondern Long. 2 in the hole! Long Lower P. 9. Genau der. Ich hab ihm 4 Schaden und 1. Okay. Alter, was war das denn? Du stehst immer noch im Raum. Ja, ich bin nix. Du bist allein oben drin. Mein Nachfänger singen. Nice. Einer noch. Einer noch. Der muss auch irgendwo oben sein. Nice. Hab ich alles drauf gehabt. Also, AWP Gefühl hast du wieder? Ja. Ja, hab ich schon gesagt. Ich hab mich wie gespielt. Dieser Zeit. Das ist echt... Wenn ich sagen, abgewöhnt, aber... komisch. Ja, nicht mehr in der Routine. Ich hab aber auch Glück in dieser Runde. Bitte? Was sagst du? Ich hab aber auch Glück in dieser Runde, sag ich. Wieso? Ja. Machschutz. Ja? Ich hab ihn. Ich hab ihn. Wow. 5 AP. Hast du gerade auf mich geschossen? Ja, wenn er dann... Wenn er dann... Wenn er dann geh du. Wir da unten sind zwei. Langen sie beide. Man! Nichts übergekriegt. Man! Da steht doch irgendwas drin. AWP oder so? Leute! Ich bin... Ja! Will er das gleiche, bitte! Als ich gerade im T-Spawn gespawnt bin, war ich immer noch so im Smoke drin. Ja, natürlich. Ein geiler Bug. Danke! Boah, ey! Ich hätte das überlebt. Ich hätte das überlebt. Ich hätte das überlebt. Ja! Ja, der hat in die Nade reingewacht. Ja! Ach, das sieht... ... gut aus. Warte, ich öffne nicht Alter, Alter Guck auf die Karte, Mann Oh, sorry Waren alle tot? Ja Na Nein, ich meinte, ob da noch irgendwann stand, wenn du willst Grundreinigung Ach, ich hab mich hier getötet, oh Ja, er läuft hoch zum Office Ich bin bei Office Aua, der macht Schaden, der Kerl Der tötet mich Alter, Leute, könnt ihr ihn mal angreifen? So, luckshot wurde benötigt, da Oh, nein Oh, ja, mich hier Nelda, du hast doch echt weggefetzt Was los mit deiner KD? So, ein Blossau Ich hab alles Ja, wobei ich richtig schlecht bin Ich hab gerade sogar noch Michi getötet mit einer Nade Ich hab nicht auf die Mini mehr getötet Ich hab nicht auf die Mini mehr getötet Also, das ist ja beim Zufall Ich bin aber zufrieden, aber zufrieden, weil ich da feierlich bin Ich komme mit Office Ja, okay, du machst das scheinbar hier Ja, okay Wir sind durch Wir füllen sehr kleine Nade rein, das zicke ich aussehen Ich war hinter dir Ich hätte dich abknallen können Ich hab ihm 34 gegeben Ich hab ihm 28 gegeben Achtung, Nade, 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 Achtung, Treppe Okay, warte, letzte Runde Oder ist das die letzte? Ja, komm, jetzt aber hier ernsthaft Wer will noch was haben? Ich hab noch Blutforce Thomas, der ist aber auch auf die Gamer mit hier auf dem TS Was, f*** Ich hab mich gekillt Ja, ich hab mich gekeillt Die ersten drei hier Einer hat um Was Kann schon sagen, wie viel will er denn aus? Nice What the f*** Hast du gerade den Aim-Bot wieder eingeschaltet oder was ist das? Na Echt Echt Der war gerade noch hinter mir Aber eins muss man ja sagen, auch bei dem anderen Spiel, unsere Punkte waren gar nicht so weit auseinander Meine AWP ist weg Oh nein, scheiße Bug Ich muss jetzt aber hier mal wieder nachzügeln, ey Ich habe noch einen Aufkleber auf meiner USP Tactical Und zwar irgendwie ein beflügelter Diffuser oder so Schießt du bestimmt besser Achso, man läuft ja kurz schneller Der gibt mir mit einem Fuck Scheiße Oh Deckbauer, Office, Office, Office Ist durch Lang ist durch Rechts! Behind you! Behind you! Behind you! Dah! 7 Hits Shots What does the fuck say? Nein Naaah Alter 74 Schaden In zwei Treffer Nothing, what did you do man? I saw the enemy That guy Two times Before you even noticed him And then you were like Uuuuh Vor allem Dingen Alle brüllen Behind you! Und ich hatte alles auf Kamera Da Nothing is behind you Nothing is behind you Haha Oh, Office Vorboard Decoy Eigentlich ein Wunder Dass man das noch toppen kann hier Diese Aktion Alter Office down Rechts aufpassen Da ist keiner Ich habe einen HP Ich bin ein ticker Zeitwalker Zwei HP noch Muss mich zurückziehen Sechs Schuss Einer ist an der An der Lefter Der kommt jetzt zu geißen Pass auf Wir haben Nothing behind you Hehehe Hehehe Was ist das? Was ist das? Ich bin behind you Scheiße Scheiße Ich habe sechs Schuss halt Hehehe Gaaaaaah Läu 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 Ahhhh! Du bist Feuerwehr. Und alle wird in der Kamera festgehalten, Dude. Für die Zuschauer, er ist Pole, er weiß es nicht anders. Ich glaube, I was an ABT. Ich geh nicht nach rechts, ich geh mal da drauf. Geh immer nach rechts. Sieht das keiner nach rechts? Ja, mein Headset schattet so fast ab, ich hör das nicht, was du sagst. Obwohl du neben mir stehst. Oh, in der Toilette ist einer drin. Der erste Mann ist tot. Wie haben wir ihn? Nicht die Granate. Ah Gott, da liegt das doch da unten. Ich bin noch. Zwei gegenüber. Nein! Zwei Sniper gegenüber. Oh Gott, ey. Wo kam der denn her? Was? Nothing, geh in, hilf ihm, hilf ihm. Run, run, run. Er ist bei, äh, Michi. Nice. Ah. Rost, rost, rost. Keine Zeit, no time. Kann jemand droppen? Nein, okay. Also, ich brauche jetzt eine Lace, um zu sein zu sein, um zu sein zu sein. Und ja Leute, ich habe immer wieder die Rüstung vergessen, ich weiß. Gut. Ist dir das nicht eben auch passiert? Ja, aber nur einmal. Du hast gesagt, wieder. Alter! HWP-Mixer und so. Office, Office, Office. Okay, Middetects, The Office. I'm going Metal Detector. Lol. Äh, einer ist durch. Lang. Kommt jetzt rum. Toilette. Ah, okay. Warte, jetzt mal bitte Ruhe, bitte. Toilette hinten. Rechts. Ja, ja. Zwei Office. Es kommen alle gleichzeitig. Was ist der Hülle? Was ist der Hülle? Was ist der Hülle? Ich verstehe es nicht, warum ist denn der Erste nicht direkt verreckt? Die Hits gingen direkt im Kopf? Hm. Rechte nehmen. Da ist Blut hinter ihm. Ich hab ihn getroffen. Bei mir war es aber auch eher ein Streifschuss als Altsamon. Streifschuss am Kopf? Okay. Alles klar. Ja, was denn? Es hat mal jemand eine Kugel durch den Kopf bekommen und der lebt noch, ja? Ja, jemand. Aber ungefähr 2,8 Milliarden andere Menschen sind dabei gestorben. Ja, und das war halt dieser eine. Problem? Das ist ne Bremsspur. Bei denen sind 3 oben auf dem Laminat. Hä, wie hab ich dich denn noch getroffen? Down. Security. What? Gonna fuck you. Gonna fuck you and your map. Okay. Doch nicht. 90 in 4 Treffern. Der hat 10 HP Bexteers. Eine Nade. Oh, Mann. Ich hab da noch ne Pistole. Ja, aber die Glasscheibe die hat dich gut geschützt. Also, der hat... Der Züge schützt, glaub ich. Können wir dich einfach gewinnen jetzt? Wir hatten das grad in unser Lobby gelaufen und hat mir Headshots gegeben. So dumm laufen und so. Und da war das Pult dazwischen. Ich hatte vorhin 15 zu 2. Jetzt hab ich 15 zu 7. Was ist denn los? Ich hab gerade 12 zu 12. Was ist denn los? Was ist denn los mit dir? Ne, Mann. Ich... War... Demniss als wir zusammen... Okay, das war dumm, Mann. Vielleicht ein einziges Mal letzter auf der Tabelle. Ein einziges Mal. Oh! Jetzt geht's gerade los. Alter! Wo kommen wir da her? John, du bist ja voll in die Pumpe gelaufen. Ich hätte ihn mit einem Schuss schon gehabt. Lambe. Zwei gegenüber. Zwei, okay. Push mich mal, push mich mal, push mich mal. Push mich mal. Ah, fuck. Da guckt genau dahin. Haha. Aber wie du genau in meine Richtung geguckt hast. Ich hab mich weggefetzt, du. Das sah Schmerzhaft aus. Ja, ABP, rechte Tür. Rambe. 32 Schaden gemacht. Jack Baron. Linke Tür. Vorbeilaufen schief. Wow, im letzten Moment noch weggezogen, ey. Hab ich mich erschrocken gerade. Was? Left. Drei noch. Ich komm von hinten, pass auf. Ich komm von hinten. Also nein, fuck. Das passt. Ja. Hier bei Big Stairs. Das gibt's doch nicht. Das ist ja auch... Ah, Schei... Und 60 Schaden hab ich ihm noch gemacht. Nicht mitgerechnet, dass der da runterjumpt. Money for shit. Come on, let's get this started. Huh, bin ich müde, ey. Mal versuchen noch einen Vorteil. So dicht. Ich war schon wieder Mecke. Ähm... Hälfte HP, Big Stairs AWP. ... ... Süß, Thomas. Piu! Hallo, ein Schuss kann ein Schuss wirklich sein. Ja. Aber er hat ne Sniper und ich hab ne Pumpe. Was soll ich machen jetzt? Yolo. Doch. Kommt aber was. Alter! Ich bin auch noch hängen geblieben. Achtung, das bin ich. Wie jetzt? Der mit dem Lina ein Ding auf dem Kopf? Schieß lieber. Nur um sicher zu gehen. Autosniper könnte jetzt von hinten noch kommen. Ah, er steht rechts in der Tür und aimt auf Big Stairs. Autosniper. Jetzt kommt er raus. Nein! Also, ihr gebt euch eine Deckung, ey. Das ist echt die Weltmeister-Sache. Rechte Tür, ne? Die linke Tür ist da gerade reingegangen. Die linke Tür reingegangen. Ich lass das doch auf. Ja, ich hab das nicht mehr auf. P9 Sekunden rushen. Hättest du anstatt rechts links gedrückt? Dann hättest du nur gekriegt. Ouhhhhhhh nice! Schönen! Da war der zweite auch noch. Fast, fast, fast. Acht Sekunden. Kriegst du, kriegst du. Zieh. Chief. Chief. Jetzt! Der ist Catwalk Drücker Throner Der ist Catwalk, pass auf Mach ich, mach ich, mach ich Geh rechts rum, da, genau Dreh dich um, Dreh dich um, Dreh dich um Ja, jetzt Respawn Schau dich Oh und schon wieder eine Kiste bekommen ey, sonne Scheiße Oh. Ja, dann geht er auf. Endlich ein Sieg. Gleich noch an dem Skin. Ja. Ja, jetzt schon die Rankings auf. Ganz anders. Ich habe 24 gewohnt in Wettkampfspiele. Also aufgepasst. Wie viele? 24. Oha. Oh. 196. Ah. Boah, was? Ja, und ich beende jetzt die Folge. Ja. Beziehungsweise kann man das Folge nennen. Hey Leute, ich will doch gar nicht mitmachen. Was ist denn hier? Es war mal eine Wind. Jetzt wirst du gezogen. Yay. Tschüss. Tschüss. Ciao.